hallo liebe freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge jurassic world evolution 2 wir sind in der chaos theorie im jurassic park immer noch unterwegs ja anscheinend ist der t-rex darüber sehr begeistert und spielt mit unseren autos schön wie er das macht fantastisch guter junge hauptsache du hast spaß nicht ja wichtig schön wir müssen halt immer noch hier die fünf sterne erreichen da ist die frage woran hapert nicht sichtbar nicht sichtbar geste potenzielle gäste besucherzahl ticketverkäufe abenteuer ist zu wenig ne aber warum müssen wir forschen brauchen wir neue attraktionen und ist das wir machen das mal oder neuen logistik fünf und vier sind neun und los mal gucken ob das bringt wir schauen einfach mal was wäre das hier zusatzmodule nochmal zwei extra 9 hilft ja nischt wenn wir ausbauen können wird das ist halt besser so impfstoffe hätte gerne noch ein paar brechen ja kommen wir nicht ran müssen wir immer aussitzen die sache strom aber hier standard strom technologie upgrade verbesserte strom produktion für kraftwerke alternative stromnetz verbessert stromnetz jetzt müssen wir erstmal warten bis wir hier forscht haben so wir mir kranke die notaurier lungenentzündung müssen wir einfach warten bis die sache vorbei ist ne um ein prozent verbessert ihre so wird sind hier los haben wir hier stressen die sag mal doch aber alle dinosaurier eigentlich warte mal so jetzt ist aber hier wieder alles cool so alter hört mal auf mit klopperei hier bitte ja möchte das nicht so irgendjemand niedrige gesundheit du hast warum denn so kommen du kriegst die spritze mein freund wenn ich kommt ja alle in den keller also manchmal muss ich sagen ist diese spielmechanik noch so ein bisschen ja so organ zu halten über die fieder wieder betäuben hier der tipster wo ja nicht wer sind hier alpha du wahrscheinlich ja du nicht so krank ist nicht nur noch zwei ne und läuft doch einwand frei ähm sterne anziehungskraft 121 prozent ist eigentlich gut warum ist gerade schlecht läuft doch aber eigentlich oder wir warten einfach mal ab wenn die forschung durch ist ob wir hier doch irgendwelche coolen attraktionen bauen können oder wir brauchen noch mehr dinos kommt ihr jetzt eigentlich miteinander klar ich habe ja eben von euch entfernt hier du bist captain alpha tier du knabber was an zum blatt herum wo sind denn da eure kollegen die neuen da oben am tor gräbeln so rum an der straße bei euch ist alles klar oder ja guck mal hier diese cool die chillen hier einfach rum so du bist hier organtrauma problem ist kann wir müssten wieder eigentlich betäuben dass er eine kinder kacke macht wenn der andere repariert wird können wir hier irgendwas machen optimierte administration naja warum denn auch nicht können wir von hier den t-rex uns schön anschauen ja guck mal da tada der so toll ne denn ist der coolste von allen hier eigentlich der macht nichts der tut so sachen die halt so t-rex machen ja sag mal her drei objekte freischalten was warten können wir etwas neu bauen gäste attraktion aber zum teil noch mal hinkleben irgendwo er hat die sicher schon wieder geprüft oder wird nicht diagnostizierte steigt da nicht hinter ne sie erinnert so viel drin oder was wenn ich für den verkauf fertig aber sozial müsste doch eigentlich passen mit drei oder nicht die war doch vorher auch kein problem bestand na hier doch ja keine ahnung mal gucken was hier wieder phase ist so ihr seid betäubt ne bist du der kaputte ja dann ab nach die klinik rein so wir brauchen fünf wohlbefinden das machst du was haben wir denn hier jetzt gebaut wir können hier überall mehr module rin packen nicht hier nicht ne ist alles belegt hä null freie plätze hier installiert forschung erforderlich überall ok können wir hier was machen attraktion minigolf kino wir haben cool warte mal warte mal warte mal jetzt habe ich glaube ich endlich gerallt nach wie viel tausend jahren pass mal auf hier unten luxus abenteuer hier sind wir ja ok wir brauchen abenteuer und luxus so jetzt passt mal auf ja hier abenteuer und luxus klick kino wäre für alles doch eigentlich steht hier oder lassen wir so können wir noch was machen in der mitte ja ist okay wenn ich halt machen kann der hammer wollte halt die tier 1 cool so mit palm schilderung für den studio ok drei brüche bitte so warte mal du wirst ja gerade repariert und bei euch ist die altkäse oder was war das du ne höhnerschütterung fleischwunde betäubt mir mal den der raptor ist ja gleich fertig warte mal und du betäubst mir den und dann schicken wir ihn davon weg in triceratops kommt beiseite wenn die sich hier ständig die kloppen kriegen da ich kein bock drauf kaffee t-shirts café billige bürger warte mal der ist ja gleich fertig hier schauen wir mal inhalt niedrige gesundheit wird es mit du hast du dann schauen wir doch mal was dir fehlt mein kleiner so du bist betäubt dann kannst du in die werkstatt macht ihr bitte mal der raptor ist gleich fertig den schicken wir dann wieder zurück transport nach da und du kommst nach da und schon sind alle wieder happy ist der schon betäubt hier sag mal ja wie kann ich warte mal transport habe ich da aber den habe ich doch jetzt auch verkauft und rückteig da ist kein geld für bekommen oder doch oder nicht oder keine ahnung krankheit aus wie bald da du kannst mal schlafen gehen du eigentlich hoch du hoch so wir kommen hier nicht auf die fünf sterne fehlt echt noch am besucher limit oder hier großes hotel die würde noch mehr hotels bauen einfach so die brauchen wir einfach um die landeplattform rum hier noch normale passt da noch in wunderbar dann bauen wir hier überall wege ran warte mal das war jetzt immer zu viel geklickt so so schon wieder immer zu viel und so und dann machen wir die beide noch zusammen wieder immer zu viel und ziehen das nach da ok strom braucht da habt ihr nicht kriegt da wohl kein problem machen wir hier ein umspannwerk hin da ziehen wir die kabel nach hier hinten rum so und dann kriegt ihr hier auch nochmal ein einzelnes umspannwerk kriegen wir das hier mank schwierig hier so ok kleines kraftwerk können wir was upgraden nö transport du gehst dahin so wer hat hier jetzt noch probleme du lungenentzündung niedrige gesundheit wir müssen mit dem krankenwagen kommen ne dann kriegst du erstmal eine überlebende spritze mein freund und das ist schon wieder mitten in der nacht also ne ja ja wie sie sich alle gleichzeitig von der straße runterschmeißen als würde ich sie einfach umfahren ich meine ich würde es machen aber das wissen die ja nicht vielleicht ja 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 so trüfend kann der krankenwagen da ist alles toppi ja warte mal wenn ich jetzt lang fahrt jetzt haben die schon wieder im kampf begonnen e ich war dann diese tor auf dann kann ich denn ich durch h rängelt es gibt keine erkältung mehr aber lungenentzündung hallo die raptoren wir kommen da ist wieder schön die kacke am dampfen die ja hier ist bald wo wir nicht durch können das ist das dumme das so dumm so kommt war hier lang keine blau lichter wirklich cool wo sieht hier meine kameraden hier verletzungen ja geil noch mein kleiner hast du mich entscheiden einfach ausgebaut oder wird stoßstange und hier soll ich helfen oder weil die klubs ja renne ich weg so deine spritzer pflaster ja dann haut ab medial den anderen müssen wir leider reparieren ja also dass wir die raptoren hier nicht ins raum kriegen irgendwie verstehe ich nicht ist mir bald wenn ich ehrlich bin so ein bisschen zu anstrengend ständig diese fischzeug geschichte hier zu regeln nur wollte ich nicht klarkommen höhnerschütterung ja dann hast halt pech so dann machen wir einfach einen neuen raptor kommen wenn die zu doof sind hier dafür kann ich auch nicht genau modifizieren können wir hier auch endlich mal so ein bisschen die höhen in die viecherin schwierig was nicht hier los intolerant merke ich wohl können wir die anmalen ja komm wir bauen uns einfach noch in den stopfen mit drin sieben forschung ihr beide seit dessen team ihr machtet ja was sind hier die karawane so pass mal auf wir brauchen wir noch fünf sterne wo kann man die her die hotels müssten aber eigentlich laufen aber dicke hier sind alle anguckt läuft die können hier nicht kurven die das glücklichen problem hier oben dass sie hier keine einrichtung haben wo sowas holen doch hier so abend bekleidung leiten bekommt luxus und abenteuer muss her ja der gemeinschaft und jetzt hier ja okay auf dass die sterne steigen ist aber eigentlich voll schön hier oder mit dem hotels und den wasserfall wir lassen die dinosaurier mal dinosaurier sein ich will dass hier die sonne aufgeht das wird sich hier mal schön anschauen können triceratops alt aber das mit euch kann ja wohl nie wahr sein niedrige gesundheit ist stupt der nicht diagnostiziert leiden was haben denn die für probleme kommt wir machen und zwei neue das ist mir zu doof gibt es ja wohl ja nicht eier auswählen intolerant in aggressiven dich bitte danke so zwei tropsen tc ratze so genau modifizieren können wir hier was machen können wir euch schlauer machen schwach ein block wir müssen unbedingt warum sie diese schwach brauchen wir mehr genomen von dir mein freund daran sollte jetzt nicht scheitern oder die raptoren sind auch so übelst dämlich warte mal dann holen wir noch mal triceratops nach hier so volle kanne wir brauchen sechs logistik das macht ihr beide ei 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 niedrige gesundheit wir kümmern uns darum hier ist nämlich übelst die kacke am dampfen mit euch der ist fast tot ne 35 prozent nur noch was sind hier niedrige gesundheit der ist schon hinüber gesundheit ist schon auf null kriegen wir die noch mal irgendwie zum leben erweckt so und den raptor wollten wir raptor sein lassen die höhener schönen abkommen ich kann mir das eigentlich eine mit antun wir reparieren den weil der raptor hier da wird er hoffentlich in der minute fertig sein schöne parkanlage so wir brauchen echt mehr sterne aber wo kommen wir jetzt mit sterne her und wie jetzt eigentlich unserem neuen kollegen hier wo sind wir überhaupt nicht da ist er der 2 erstmal bock auf fressen war das glaube ich dir jo ihre cool genau die erst mal ein kotelett drin doch noch eins noch eins und ist nun bei dir eigentlich mit bestand wieso sind hier ständig die sirenen an ich verstehe nicht ein sauger kann freilassen werden den raptor freilassen hallo ja auf dass ihr euch gegenseitig auffresst fantastisch zwei knochenbrüche haben wir noch du ja organtrauma da 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 betreibt mir den zeig plus 17 prozent das gut drei forschung du ja generell forschung was können wir noch machen massiven herrn in und ja macht ihr das mal wir müssen hier glücklich die eigenschaften der dinos verbessern hilft alles nichts wer ist noch kaputt bist du noch mal repariert hier kriegen wir dich noch mal hin treff mal mach mal den heile oder krieg ich ja wohl schön die dosis drückt oder die der der anjus bei dem und noch ein sind verpackt oder was ja gemacht wird schon hier kommt ja schon klar du bist betäubt ihr sollt ihn betäuben warum kommt mir kinder los betäubt den versteht nicht ist glaube ich doch ein bisschen buggy oder ja wir kriegen einfach die fünf sterne nicht hin oder liegt daran dass wir keine dinosaurier haben hier läuft die sache noch vielleicht müssen wir gucken dass er wirklich noch mal welche heran bekommen irgendwie den der wird haben wir noch nicht ein tyrannosaurus rex haben wir aber das was das für ein ding kommt so nah das haben wir kriegt ja dann wohl mal da so und was war daraus machen schauen wir uns beim nächsten mal an freunde ja wir brauchen mehr sterne bewertung können wir hier irgendwie gucken luxus wird sehr weniger sauriervielfalt hotels gyrosphären sauriervielfalt bedeutet wir brauchen noch mehr dinos ne saurierkomfort beobachtungsplattform saurierzahl beobachtungs galerien aviarien innovationszentrum stromabwehr hätten wir hier noch dann zusätzlich konfigurations option für gäste adaktion können wir hier was warte mal warte 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 hier können wir nicht machen können wir hier bei der parktour noch irgendwas machen nö ähm ist voll ausgebaut produkttransport beendet schön geht ohne mehr dürretoleranz ok tab wir haben erforscht erfüllt die beiden die ansprüche ja dann macht ihr mal die gene fertig so wir sind immer noch knochenbrüche transport du kommst nach hier vorne in die klinik und jetzt haben wir keinen der dich reparieren kann dann lassen wir das abbrechen nja verdammt aber gut kriegen wir hin so schnell stirbt sich die denn nicht oder ok ob wir hier beim nächsten mal die kurve kriegen sehen wir dann ich sag bis dahin machte gut remi hauen es ist es ist es ist es 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 an es 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 Bis zum nächsten Mal.